Sieht aus wie Krallenspuren. Ich glaube, ich weiß, wer es war. Die Hexenjagd ist eröffnet. Sollen wir eine Fahndung nach einer Frau mit Warzen und einem Besen rausgeben? Wir müssen sie der Asche zuführen, aus der sie kam. Sie meinen, wir fackeln sie ab. Mit großem Enthusiasmus. Famous. Der neue US-Serienhit. Slinky Hollow. Nächsten Mittwoch, 22.15 Uhr pro 7. Folgen und exklusive Previews auf pro7.de slash sleepyhollow.